Hallo meine Freunde, kurz weiter, wie du meine Freunde, Schini zeigt sich als Disney Klassikfigur und wo er damit demonstrieren möchte, dass die Klage von Disney eben nicht juckt man Ja, Schini juckt vielleicht nicht, aber dein Geldbeutel wird schon jucken Du hast zwar im Interview gesagt, du ziehst keine Kontostände, aber überleg dir, dass du es vielleicht mal einführen solltest dass du dir vielleicht mal jemanden holen, der deine Kontostände überwacht weil bei den ganzen Klagen, da kommt schon einiges an Geld ran, was du verlieren könntest Also ich hätte da keinen Bock drauf, dann würde ich alle paar Jahre mal oder alle paar Monate mal Kontostand checken Vielleicht ist da irgendwie das neue Gucci Portemonnaie vielleicht abgebucht worden und dann ist die besser Pater aufs Konto, verstehst du? Du machst vielleicht Geld ohne Ende Aber irgendwann übertragst du ein bisschen und dann ein Minus, man Also hol dir Finanzberater oder so oder stell dir dann zum Boss ein, ich mach Finanzberater für dich Ich bereite dich und so, keine Frage Honorar sind nur 20.000, wenn du es dir leisten kannst Ruf Lünern zum Boss an oder mach ich das Okay meine Freunde, das war das Video von Lünern zum Boss Abonniere und Like nicht vergessen meine Freunde Bis zum nächsten Mal meine Freunde